Okay, ich nehme an, ich muss, äh, all diese Teile aktivieren. Endlich mein Lichtblick. So, da war, glaube ich, da vorne noch einer. Und, dann fangen wir mal an. Ja, komm, frisst das. Der will mich doch hier verarschen, ja, oder nicht? Also, ich sehe schon, das wird eine ziemlich lange Sache. Okay. Dann laufen wir mal zum nächsten. Mal gucken, was sich hier noch so finden lässt. Mal gucken, was sich hier noch so finden lässt. Mal gucken, was sich hier noch so finden lässt. Hallo? Ups, falsches Stattor. So, ich hoffe, das waren nur die zwei für diese Aufgabe. Okay. Da hätten wir schon mal einen komischen Affenstater mit leuchtenden Augen. Ist doch schon mal ein Fortschritt. Wow. Verfickte Kamera. Ich bin fast runtergeflogen gerade. Nee, hier ist nichts. Also muss ich da oben hoch. Wo die letzten Statten wahrscheinlich sind. Und dann geht der hässliche Haffer wahrscheinlich auch auf. Nääääh. Und ich habe mir hier so Schwierigkeiten gemacht, wie ich hier die verfickte Statue aufbekomme. Aber jetzt habe ich es. Und jetzt lauf, du hässlicher Halumke. Und jetzt mal Kamera drehen, sonst fliege ich hier auf jeden Fall runter. So. Jetzt muss ich mal Bugs hier hinholen. Ich habe getroffen. Yeah. Number one. Ab zum nächsten. Jump. Dreh, 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 dreh. Okay. Kamera drehen. Daneben. Nee, ich habe nicht getroffen. Kein Wunder. Das Teil steht mal wieder nicht an ihrem Ort. Nicht getroffen. Ja. Lol. Ja, komm, hau rein. Ich glaube, meinst du jetzt hier abgelaufen? Na ja. Egal, gleich nochmal. Ich habe es geschafft. Endlich ist der Aufforfen. Und das heißt, wir werden gleich einen großen Showdown mit Donkey Kong haben. Ich kümmer noch nicht. Wie soll ich denn da bitte hinkommen? Ja, was soll's. Jetzt muss ich da erstmal runter. Oh. Ich kann nicht haben. Na, egal. Spare ich mir von anders mal auf. Denn jetzt gehen wir Donkey Kong in den Arsch treten. Hey, Patek. Ich bin der Aufforfen. Vielen Dank.